Hiho und willkommen meine lieben Strategiespiel- und Königsmacherfreunde zu einem kleinen Sonntagsspecial von mir. Ja, viele werden sich jetzt denken, Majesty Gold HD ist ja schon abgeschlossen. Aber ich dachte mir für diesen Sonntag, also für unsere Standort-Sonntagsspecial-Folgen, mache ich ein Majesty-Special, auch weil ich mir noch nicht sicher bin, was ich als nächstes Sonntagsspecial-Let's-Playen soll. Deswegen schiebe ich das hier jetzt ein, ein Special. Und zwar werden wir... Gut, die Mail-Map haben wir alles freigeschalten, also die gesamte Kampagne, haben auch die Downloadable-Quests gemacht. Ich muss übrigens nochmal zurück ins Mail-Menü und Improved Guards anschalten. Wir begannen so ein, wir machen eine Freestyle mit Manual-Settings. Und es ist sogar, glaube ich, noch alles einigermaßen eingestellt, wie ich es gern hätte. Außer das Special-Event, äh, das machen wir mal auf None. Und zwar, weil ja dieses Jahr auch die letzte Staffel von Game of Thrones rauskommt, habe ich mir mal so überlegt, ein kleines, mehr oder weniger Game of Thrones-Special daraus zu machen. Indem ich nämlich als Northwatch starte, also als Nordwache, so wie die, ähm, ja, so wie die Wache an der Mauer in Game of Thrones, die gegen Untote kämpft und ab und zu mal Verstärkung kriegt. Das war so mein Hauptgedanke. Ist auch recht herausfordernd, weil wir nur mit einem Außenpost und zwei Ranger-Gilden starten. Starting Gold setzen wir mal auf 2000. Und, ja. Neh, mal irgendeine Random Landscape. Map Number lassen wir mal alles so, wie es ist. Binning Limitations lassen wir auf Default. Wir können alles bauen, also. Difficulty ist Advanced. Das sollte für das Special-Event ausreichen. Unser Ziel ist es halt, die Untoten auszulöschen. Was schon mal dadurch ein bisschen schwierig wird, dass wir am Anfang nur Ranger haben. Aber wir werden sehen, was auf uns zukommt. The Hunter. Da hat das Dead Heroes, Dark Magics, Goblin Attacks, Super Layers. Random Disasters vielleicht. Ja, packen wir das mal mit rein, um es ein bisschen interessanter zu machen. Weil, ähm, we're spawning layers und sowas. What are we spawning layers? Das wäre auch keine schlechte Idee. Das macht das Ganze ein bisschen interessanter, weil die Untoten sich halt immer wieder erheben können. Gut, akzeptieren wir mal so. Und bauen als erstes einen Blacksmith. Wir haben zwei Wachen, zwei Bauarbeiten und einen Text-Collector. Das heißt, wir können nicht so schnell bauen. Wir können aber auf jeden Fall die Map schnell erkunden. Und wir sind fürs Erste einiger wahrsten geschützt auch. Gut, und Tote sind jetzt nicht so stark, aber... Ich mach's mir ja halt schwerer, dass ich nicht so schnell bauen kann. Ähm... Warrior Guild. Und Tempel von Darwis gleich mal raushauen. So, Ancient Graveyard, so Creature-Deads sind überall. Also, wir werden's auch mit Vampiren und Ähnlichem zu tun bekommen. So, dann werde ich demnächst einen Marktplatz brauchen. Und vielleicht ein Inn. Weil wir müssen doch auf jeden Fall auch gucken, dass wir irgendwie an einen zweiten Text-Collector kommen. Und ja, eigentlich, indem ich eine Gnome-Hauvel baue, was ich nicht kann scheinbar. Gut, wir haben's schon mal recht schnell aufgedeckt, muss ich sagen. Sehr viele Queecher-Deads. Da unten können wir nicht hinbauen, also kommt er hier hin. Oh. Oh, der... Das Skelett hat es schon mal auf meinen Arbeiter abgesehen. Oh, und da ist die erste Verstärkung eingetroffen. Ein Zwerg. Mehr Geld, Dein Majestad. Ich helfe. Nicht jetzt. Ich habe Arbeit zu tun. Ich nehme die Arbeit, Westfache. Dein Majestad, ein neues Geburt ist geschlossen. So, ein neues Geburt ist geschlossen. Oh, eine schwierige Kampf. Ja, und ich wäre sehr froh drüber. Das war mein Iden. Das war mein Iden. An unwelcome gasp. Das war mein Iden. Das war mein Iden. Ich sehe den Namen des Sovereignes. Ich habe weniger Geld. Und Tote sind... Sehr... Reitet gerade. Die unhochliche DOROS. Und da haben sie es doch noch geschafft, mal in den Tempel einzureißen. Egal. Ich mache jetzt erst mal den Markt besser. Das hat auf jeden Fall gereicht. Die unhochliche DOROS ist geschlossen. Komm. Genug Paladine rauszuholen. Oh, deine Majestad. Ja, und wir Vampiren haben wir auch so unseren Spaß. Wir werden ein Mausoleum bauen, das gibt uns allerdings auch nicht so viele. Oh, deine Majestad. Oh, deine Majestad. Oh, deine Majestad. Oh, deine Majestad. Wenden wir lieber mal das Gathaus auf und bauen noch ein zweites. Hier neben den Sur. Ah ja, wir werden uns... Wir werden hier nur von Untoten belagert. Wir haben sogar schon zwei Helden hier. Oh. Oh, sehr schön. Oh, jetzt müssen die oben weg. Ein Vampir hat einen meiner Leute gekillt. Oh, und ein Troll. Troll ist weg. Troll ist weg. Okay, das Gathaus hat gerade so überlebt. Genau, sehr schön. Reparieren wir das Gebäude. Und macht mir den da mal weg. Und macht mir den da mal weg. Heulen wir uns mal morgens. Da müssen wir endlich mal gucken, dass wir das Gathaus hier fertig kriegen. Und es spawnen noch mehr Untote überall. Oh, ein Berserker. Der Berserken tut. Okay. Ja, Mönche, die können nicht gut einstecken am Anfang. So, jetzt brauchen wir langsam mal etwas Geld. Und vielleicht Heiler wäre nicht schlecht, dass wir einen Agrela Tempel hier unten hinsetzen. Ah, du hast Teiltrecke, Gott sei Dank. Und noch ein Mensch. Dich heil ich mal, bevor du mir abkratzt. So. Hall of Champions. Was macht die nochmal? Oh. 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 Und noch ein Held. Oh. Ein normaler ähm, Warrior. Ja, es ist ein bisschen schwierig, eine Stadt aufzubauen, wenn man nur zwei... Na, noch bin ich ein bisschen in der Defensive. Ich sollte daran denken, über die Charakterporträts zu heilen. Und das war mein... Warrior. Oh, meine Blacksmith-Visher ist Level 3. Sehr gut. Aber immer noch keine Dwarfen-Settlement. Schade, aber auch nicht so schlimm. Oh. Shadowbeast. Ich denke, unsere Defensive ist langsam gut. Vielleicht noch ein Guard-Haus. Irgendwann müssen wir dann halt mal in die Offensive gehen. Gegen die Shadowbeasts. Das war der Kultist. Das war der Kultist. Deine Majestin. Eine neue Gebäude ist complete. Majestin. Der lokale Blacksmith offert neue Services. Ja, der Guard-Haus ist fertig. Ich serve mit Pleasure. Soverein. Ein Gebäude hat sich aufgebaut. Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich Geld reinkriege. Und auf der anderen Seite müsste ich auch mal gucken, dass ich... Hier oben vielleicht ein Trading-Post hier bauen. Dann haben wir nämlich noch einen Ort, wo wir Potions verkaufen können. Das ist jetzt hier mit Tivos aus. Der Zwerg und ich habe einen neuen Kultisten. So, Market Day. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Ach, da ist ein Suhr direkt bei der Schmiede. Das ist auch nicht so toll. Und ich kriege halt hier kein Guard-Haus mehr hin. Aber ja, meine Paladine zerlegen gerade sehr schön. Den Gegner. Oh, sehr schön. Er holt das Geld aus dem Marktplatz. Das gibt uns einen schönen Schub. Okay, das Dark Castle ist im Eimer. Ja, meine Damen und Herren. Ihr Heinrich, wir verbessern die Guard-Haus. Unlobben ist der Wetter. Bis zum nächsten Mal.